ja hey leute eine kurze info für zwischendurch mal eben kurz hochgespielt und zwar geht es sich ja um die frage ob meine tagebücher demnächst live gehen sollen und wir dann anschließend dann noch mal das video draus machen die masse hat mich halt auf allen möglichen kanälen angeschrieben insta whatsapp und youtube natürlich definitiv seid ihr dafür dass das ganze in einem live geht finde ich auch cool weil dementsprechend können wir dann auch direkt oder könnt ihr dementsprechend direkt nachfragen wenn irgendwas ist können direkt interagieren und ja im nachhinein könnt euch trotzdem noch als video anschauen ich versuche diese lives dann kurz und knackig zu halten damit man sie sich anschließend sag mal interessanter halber dann auch noch mal wieder anschauen kann weil wenn es zu lang wird dann kennt man das spiel ja ja das erstmal dazu das nächste was ansteht ist jetzt am samstag und sonntag die maize in den niederlanden da werde ich auch sein und zwar am samstag wahrscheinlich den ganzen tag und ja werde mich da mit einigen händlern und herstellern unterhalten quatschen hier und da habe ich termin absprachen da werden wir dann werde ich zusammen mit torsten hinfahren und wo man dann gerade schon bei torsten sind machen wir dann am sonntag machen wir dann dementsprechend ein live mit ihm allerdings er dann wieder zu hause bei sich und das ganze dann über skype ihr es bei mir gewohnt seid und dann werden wir das ganze ich sag mal den ganzen werdegang von ihm mal so ein kleines bisschen revue passieren lassen was bisher geschah was tatsächlich jetzt passiert ist wie es im moment ausschaut ist tatsächlich im moment recht spannend und auch eine sache die mir so noch nicht untergekommen ist also es ist definitiv hochinteressant was momentan abläuft wir bleiben da transparent und berichten über alles was im endeffekt passiert ist und versuchen euch dann dementsprechend da dann auch infos an die hand zu geben jetzt nicht unbedingt ja doch wir versuchen euch so gut wie möglich über das was wir gemacht haben was passiert ist was wir vorhaben was in naher zukunft kommt was in weiterer zukunft nächstes jahr mitte nächsten jahr bis bis zum herbst sommer bis herbst nächstes jahr passieren wird warum wir das machen et cetera pp wird alles am sonntag in diesem live stattfinden ich würde mal sagen wir werden das wahrscheinlich am frühen abend wieder machen so wie es von mir gewohnt seid so 18 19 uhr und ja dann werden wir da mal ein bisschen wieder euch auf den stand der dinge bringen weil es hat ja jetzt lang genug gedauert dass wir da jetzt mal nichts gesagt haben hat auch so ein kleines bisschen damit zu tun dass halt die entfernung zum torsten etwas weiter ist dass ich halt nicht immer die zeit habe dahin zu fahren und von daher ja sieht es mir nach deshalb machen wir das ganze jetzt in einem live und halten euch in der serie meerwasser für anfänger torsten auf dem laufenden mit diesem live was also dann am sonntag stattfinden wird so jetzt habe ich es oft genug gesagt wiederholt ihr habt eine info wir sind bei drei minuten und ich würde sagen wir sehen uns entweder am samstag auf der maze mich werdet ihr definitiv erkennen torsten auch der wird ähnlich rumlaufen der wollte das unbedingt selber schuld und ja oder wir sehen uns dann in dem live am sonntag also in diesem sinne wir sehen uns